Hallo liebe Moto-Fans, herzlich willkommen hier auf dem Sabbelsauros. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Sondervideo. Mal kein Modulator und mal kein Unboxing-Video. Naja, zumindest nicht in der Richtung, dass wir wirklich etwas auspacken. Mit Unboxing hat es aber schon etwas zu tun. Ich möchte euch heute gerne die Premiere, das ist ein bisschen größer gemacht als es ist, aber ist es ja trotzdem theoretisch, von meinem neuen Intro, das ich fertiggestellt habe für eine neue Unboxing-Reihe, eine kleine Unboxing-Reihe rund um Nintendo-Figuren, nämlich zum Beispiel hier den Shy Guy oder auch den Mario. Das ist eine Reihe, die wir von Jax kennen, gibt es auch schon länger, die ich allerdings für mich persönlich entdeckt habe. und das Ganze nenne ich Sabbelsauros Super Mario Unboxing-Party. Gut, wir können das Sabbelsauros da gerne streichen. Es steht trotzdem im Logo, was ihr jetzt hier gerade seht, mit drüber, damit man erkennt, dass es hier zu diesem Kanal gehört. Natürlich bleibt der Sabbelsauros in erster Linie hier ein Kanal über Masters of the Universe. Das hat sich nie geändert, das wird sich niemals ändern und es wird auch immer so bleiben. Allerdings haben wir ja schon ein paar Exkurse in Richtung Jurassic World-Figuren gemacht, von Mattel natürlich auch, und ich denke, so ein paar Unboxing-Videos über Nintendo-Figuren dürften an dieser Stelle nicht stören. Ich weiß, da werden jetzt nicht so viele Leute reingucken. Das ist auch nicht wirklich schlimm. Nur ich kaufe diese Figuren sowieso und habe mir gedacht, ach, dann mach doch einfach. Und ich hatte wirklich Spaß beim Erstellen dieses Intros. Ja, ich zeige euch hier mal gerade den Ordner auf meinem Computer. Und ihr seht, viele Grafiken, die ich benutzt habe, Soundfiles und, und, und. Und alles davon, oder zumindest das meiste, ist selbst erstellt, extra für dieses Intro. Ja, und eines können wir glauben, das war nicht gerade wenig Arbeit. Ich habe ganze zwei Tage dran gesessen, denn es war viel, viel Feinarbeit dafür notwendig, beziehungsweise auch viel in der Nacharbeit und vor allen Dingen auch erst einmal einen Song dafür zu finden. Naja, das war auch nicht gerade einfach. Also ich habe mich dadurch halb YouTube, durch diese Datenbank da durchgewühlt, aber ich habe trotzdem etwas gefunden. Das fand ich wirklich ziemlich cool und passend. So, aber jetzt Schluss mit dem ganzen Hin und Her. Wir werden uns jetzt einfach mal dieses Intro anschauen. Bis gleich. Tiernycchain- TiernycQ- Tiernycbreak. Tierey- Tiernyc Schluss. Tiernyc frigsched. Tiernyc rein. Tiernyc wiping. Tiernyc mag. Ja, und das war's auch schon tatsächlich und ich bin wirklich stolz auf dieses Intro. Es ist jetzt kein Hollywood, das ist mir auch klar, aber ich habe wirklich viel Liebe und Herzblut da reingesteckt. Es sollte eine Referenz natürlich an das alte Mario-Spiel sein, an Super Mario Bros. von dem NES, das wir alle natürlich kennen und lieben. Ja, und es ist, ich weiß, ihr möchtet gerne kürzere Intros haben und das gerade bei einem Unboxing-Video. Ja, werden wir natürlich auch weiterhin beibehalten, nur bei diesem hier halt eben schlicht nicht, weil ich es ziemlich cool fand auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird es das auch gar nicht so häufig geben. Das ist natürlich auch eine Unboxing-Reihe, die jetzt nicht ewig gehen wird. Ich werde hier und dort nicht nur diese Figuren hier mit reinpacken, sondern auch mal vielleicht irgendwie ein Unboxing zu einem Spiel oder sowas. Ich habe ja zum Glück die Switch, auch wenn sie momentan nicht einsatzbereit ist, aber ich dachte mir, das kann man ja gerne mal machen. Wie gesagt, so häufig wird das gar nicht kommen. Aber nichtsdestotrotz, lasst mich mal wissen, wie ihr dieses Intro findet und schreibt dazu einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich abonnieren, liken, kommentieren und die Glocke aktivieren. Kommentare habe ich ja schon gesagt. Aber in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.